Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge mit OtaldoDude beim KSC. Und wir spielen heute gegen Fortuna Düsseldorf und ich dachte mir so, dass ich das so ein bisschen semi geschnitten mache oder so. Also ich spiele einfach ganz normal und nehme dabei auf und rede dazu ganz normal wie üblich und werde nachträglich eventuell ein paar Stellen rausschneiden, die vielleicht nicht so besonders interessant sind vielleicht, wo ich auch nicht besonders irgendwas erzähle oder so, keine Ahnung. Ich werde mir das nochmal angucken, wie das dann so läuft. Ich hoffe, dass ihr dann so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen mehr an den Karrieremodus herangeführt seht. Vielleicht nicht zu stark. Sehr gut. Also ein bisschen möchte ich natürlich hier von drin lassen. Oh. Und das gibt nochmal eine Ecke hier. Ach, schade. Schade, Pomade. Gute Aktion. Schön gedrückt, nur nicht ganz so aufs Tor. Energie sieht noch super aus. Oh, gegen Bons. Verloren. Schön. Den Ball zurückerobert. Und ich stehe hier absolut im Abseits. Genau. Levels. Ja, boh, makes me lose my mind. Schön. Komm. Oh. Ich habe da gehofft, dass ich eben den Seil verziehe kann. Aber ich glaube, den kann ich noch gar nicht. Bin mir da gar nicht so sicher. Torvorlage. Yeah. Torvorlage. Yay. Yeah. Bäm. Dream is the billy gay. So wollen wir den. Bündelt mich jetzt hier mein Handy an? Warum bündelt mich mein Handy an? Kann doch nicht sein. So. Lamberts. Wunderbärchen. Sehr schön. Gib doch einfach die Pille ab. Da hängen wir dran. Da sind wir dran, dass wir dran. Ha. Schmidt, geil, hat er auch gepasst. Jetzt Fink am Ball. Oliver Fink. Ja. Sehr schön. Ha, Fink. Du, Alter. Natürlich gut dazwischen gegangen. Bellinghausen jetzt da an der Pille. Schmidt, geil. Das ist echt gut, wenn man die Spieler kennt vom Team. Zumindest so vom Namen. Aber Bons war der nicht bei Augsburg. Das ist auch gewechselt, ne? Oh. Arbeiten wir dran? Ja. Jawoll. 24. Minute. Ein Türchen von Otaldo. Yes. Gut gemacht. Und ein bisschen Pech für den Verteidiger. Reingelegt. 24. Minute. Musste ich eigentlich noch ausgewechselt werden? Einmal mit 50 Prozent? Ich weiß es nicht. Zumindest steht es jetzt hier 2-0. Das ist, äh, ne gute, ne gute Sache. Oh, nee, du. Schön zurückgelegt wieder. Aber ich stand nicht richtig. Ah, ein bisschen überraschend. Und puh. Mist. Ah, zu spät. 125 kürze Pässe schon gespielt. Schöne Spiel. Über außen. Oh. So eine knappe Kiste. Wieder Ansage. Piu. Mann. Na gut. Wenn der ein bisschen genauer gekommen wäre, wäre er auch wahrscheinlich in den Händen vom Keeper gewesen. Rensing. Also ich kann es natürlich nicht versprechen, dass ich hier 100 Prozent oder dass ich da immer wieder irgendwas schneide oder so. Vielleicht lasse ich auch die ganze Folge so, wenn für mich da genug spannendes Material drin ist. Oh, jetzt auch noch eine Karte, ey. Verpiss you. Ja, ich kann denen leider nicht sagen, dass er den anderen passen soll. Also das ist ein Mitspieler irgendwie. Das müssen die irgendwie unter sich selbst ausmachen. So, aber sieht doch schon sehr gut aus von unserer Frische. Oh, gut gepasst. Schade. Pamm. Guter Schuss. Aber auch gut abgewehrt, ne? Also wenn ich da noch hingefallen wäre, das wäre Elfer. Das wäre Elfer, Digge. Oliver Fink. Wollart. Jawoll. Ja. Mit der Ansage von Otaldo. Tschüss. Und dann schüss nochmal. Schön, da kann ich schüss. Und nochmal. Super. Da kann ich jetzt noch ruhig, äh, weiterlaufen, wa? Bei wie viel Prozent bin ich denn jetzt dürfte? Okay, dann werde ich mich jetzt auswechseln lassen. Als Team absolvieren, komm. Lass ich das so ein bisschen. Ich will ja ein paar Szenen noch drin haben. Ich nur simuliere es auch böse. Ich vergesse dann so ein bisschen, dass ich ja auch mitspiele. Schöne Flanke trotzdem. Ah, zu ungenau. Bleib dran, komm. Hol den dir. Gordon. Gordon. Heißt das nicht Dick? Auf Spanisch? Oh, wieso passt er denn auf Rennsing? Alibas kann eigentlich auch nicht mehr. Oh, Schmidger. Sehr gut ausgelaufen hat er mich da. So, wir suchen jetzt hier noch den Ball. Gordon. Gordon. Jawohl. Der kann nicht mehr. Da wurde er immer langsamer und jetzt kommt da der Fernschuss. Wohin landet die Pilz? Konnte ich leider nicht sehen. Oh, 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 Reisinger. Achtung, oh, oh. Fink abseits. Ja. Da wird jetzt nochmal gewechselt. Aber ich denke, wir haben hier unser Bestes gegeben. Das Spiel war super. Rotaldo, super Bewertung. Klingmann. Über außen. Oh, schöner Kopfball. Schöne Flanke. Alles ordentlich gemacht. 3 zu 0. Damit können wir leben. Ah, nee, nee. Der war schlecht. Der hätte ich einfach draufschießen sollen. So. Ich darf aber auch ruhig gerne jetzt mal abbrechen, das Spiel. Ja. Jobo. Boss. Oh, oh. Gut. 90 Minuten gespielt. Alles bestens. Und nochmal zum Keeper zurück. Einmal komplett die andere Seite genommen. Ey. Ey. Ende. Damit gewinne das Spiel. 3 zu 0. Rotaldo hat sich gut gemacht. So wollen wir das auch sehen eigentlich. Thema Spieler des Tages. 50 herausgespielte Chancen. Boah, Stellenspiel offensiv plus 2. 2. Jawohl. Das sieht doch super aus. Und Halte Dude. 9,2. Ja. Tor habe ich ein. Das ist richtig. Und eine Vorlage habe ich auch ein. Schüsse aufs Tor. 3,5. Erfolgreiche Pässe. 19 von 25. Das ist sehr gut, ne? Sehr, sehr schön. Dann, ähm, 71. Ja. Wir werden immer besser. Äh, ganz kurz mal geguckt. Können wir jetzt sehen. Wir sind auf Platz 2. Yes. Wir haben 14 Spiele. Das heißt, ein Spiel mehr. Okay. Ähm. Das heißt, die hinter uns. Pauli kann es noch eben überholen. Mit 31 Punkten dann. Genau wie Lautern. Haben auch 13 Spiele. Okay. Da können wir gespannt sein. Wir haben hier gegen Fortuna gespielt. Das war auch schon mal ganz wichtig. Deswegen gucken wir gleich nochmal. Fünfmal Team der Woche. Ja. Ja. Gut, gucken wir jetzt nochmal. Und wir sind auf Platz 3 runtergerutscht. Lautern hat einen Punkt gemacht. Hat unentschieden gespielt, wenn ich das richtig sehe. Pauli hat 31 Punkte gemacht. Das heißt, ein Sieg geholt. Ähm. Ja. Ist in Ordnung. Wir sind Platz 3. Damit haben wir die Chance zum Aufstieg. Und es ist erst die erste Hälfte der Saison um. Nächste Gegner, Energie Cottbus. Die sind im Moment auf Platz, äh, 18. Da müssen drei Punkte her. Das finde ich gut. Und jetzt nochmal kurz den Teambericht angeschaut. Wo sich der Otaldo verbessert hat. Also man kann sich auch nochmal hier nochmal gucken. Sich alle eigentlich überall ein bisschen verbessert. Oder zumindest viele. Hier ganz gute Spieler dabei. Ja. Uh, hier Stärke 92. Den haben wir vom Karlsruher SC. Ändi, wie sind der Karlsruher? Ich war irgendwie gerade verwirrt, weil hier die Farbe eines ist. Hier von Stuttgart haben wir den. Ausgeliehen? Glaube ja. Da ist Total Dude gut. 1,4 Millionen. Ballkontrolle plus 9 haben wir. Abfang plus 10. Stellungsspiel plus 10. Ähm, jo. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also wir haben richtig viele Werte gut gemacht. Alter 19 aber schon inzwischen. Also das ist schon ein bisschen älter, als ich erhofft hätte. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich 17 oder sowas bin. Aber, jo. Alter 19. Wahrscheinlich bin ich einfach so durch das Spielen gealtert. Beschleunigung, Sprint-Tempo. Das ist alles sehr gut, dass da oben sich das erhöht. Stärke auch. Spitze. Ähm, jo. Abfang plus 10 finde ich ja krass. Also wir können auch bald als Verteidiger spielen. Dribbling, Ballkontrolle, alles übelst gut. Bin ich sehr zufrieden mit. Und ich hoffe, wir werden auch, ähm, bei Bayern dann wieder bald spielen können, wenn wir stark genug sind. Oder wir werden eben verkauft. Das weiß man ja nicht so genau. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Äh, hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und vielleicht, äh, möchtet ihr auch mal diese Folge auf Facebook teilen. Oder Twitter oder irgendwo. Ähm, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Damit würdet ihr mir einen ganz großen Gefallen tun. Dass vielleicht auch eure Freunde mal sehen, was für ein cooles Spiel hier gespielt wird. Und ja, vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen. Gut, das war's. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.